Jetzt ist Schluss, General, mit Lügen und Intrigen und Morden. Eure Verbrechen bleiben nicht ungestraft. Es ist aus. Gewährt ihm einen schnellen Tod. Wir haben heute schon genug Leid mit angesehen. Hahaha! Leid? Ihr habt doch überhaupt kein wahres Leid gesehen! Wach nicht! Aber das werdet ihr! Nein, das kann nicht sein! Er war das letzte Opfer. Wir haben versagt. Versagt... Untertitelung des ZDF, 2020